Karlstadt soll eine Kommune für alle sein, heute und in der Zukunft. Wir von Milieuparty den Grünen in Karlstadt wollen ein nachhaltiges Karlstadt schaffen. Ein Karlstadt, das sich den Herausforderungen der Klimaänderung und Umweltzerstörung stellt. Ein Karlstadt, das sich kümmert um Kinder, Ältere und die mit geringem Einkommen. Wir Milieuparty wollen, dass es Parks und Natur in unmittelbarer Nähe der Stadt gibt. Wir wollen, dass es leicht ist zu spazieren, mit dem Fahrrad oder Bus zu fahren. Wir wollen mehr biologisches Essen, das gern auch in Wärmland angebaut wird. Karlstadts Schulen und Kindergärten sollen noch besser werden, so dass Kinder eine schöne Kindheit haben und gute Ausbildung bekommen. Wir glauben, dass alle zu unserer Gemeinschaft beitragen wollen und können. Es soll einfach sein, eine Arbeit zu finden, wenn man nach Karlstadt kommt. Milieuparty will eine lebendige Stadtmitte investieren. Unsere Stadtteile wie Woxnes, Krunepaiken, Herrhagen und Rüth sollen lokale Zentren mit Geschäften und Cafés sein. Wir wollen, dass Menschen mit unterschiedlichen Herstellungen in den verschiedenen Stadtteilen zusammenleben können. Wir wollen Wohlbeiß, Gatscher, Molkom, Verse, Irzfala, Balayeredet und Alster mit lokalen Geschäften weiterentwickeln und kurze Schulwege bewahren. Milieuparty will eine nachhaltige Zukunft. Gib deine Stimme für Milieuparty. Es wird ne noch nicht Vögelholt? Vögens quantoCs sind wüsst, wird meistens ein WohlbeißЫ, und dass vermeint ein Wohlbeißte爱 sichone Met fate. Das heißt, ich zie, wirklich gut aus.